Moin, hier ist wieder Search Camp, der Online-Marketing-Podcast. Mein Name ist Markus Hövener und mein Thema ist heute Content Marketing Extreme. Und zwar rede ich mit Christian B. Schmidt. Er hat eine etwas in meinen Augen verrückte Aktion ins Leben gerufen in diesem Jahr. Tausend kostenlose SEO-Checks. Reden wir mal mit ihm, weil Aufwand ist das eine. Aber schlussendlich ist die Frage, was bringt es denn eigentlich? Funktioniert das? Fragen wir ihn doch einfach selber. Ihr hört Search Camp, den Online-Marketing-Podcast mit Markus Hövener. Immer das Neueste rund um SEO, SEA und Co. So, und da sind wir jetzt endlich nach dem kurzen Music-Break. Ja, ich habe den Christian B. Schmidt in der Leitung. Und ja, wir wollen ein bisschen darüber reden, was er da so macht mit diesen SEO-Checks. Wie er das macht, was er sich davon verspricht und wie überhaupt so ein SEO-Check funktioniert. Und ja, vielleicht zum Einstieg, Christian, sag mal kurz, wer du bist, was du machst. Ja, ich bin Christian B. Schmidt, CBS, einer der Gründer und Geschäftsführer der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Ich optimiere seit 1998 Websites, anfangs natürlich noch die eigenen als Schüler und jetzt seit 2010 mit der Agentur auch für diverse Kunden. Ja, und wer diesen Podcast hier hört, also Search Camp, hat vielleicht auch schon mal bei dir reingehört, bei SEO-Driven. Du hast da, finde ich, also man kann es verrückt nennen oder außergewöhnlich, wie auch immer. Also du hast eine Aktion, du hast dir vorgenommen, in diesem Jahr 1000 individuelle SEO-Checks durchzuführen. Ja, sag mal kurz, wie kommt man auf die Idee und was genau machst du da? Ja, also ich habe schon im letzten Jahr angefangen, jeden Tag zu versuchen, ein Podcast oder Video zu veröffentlichen und das lief so la la. Und ich habe mir dann vor dem Jahreswechsel überlegt, was könnte denn was sein, was für die Zuhörer vielleicht noch mehr Wert bietet, als wenn ich einfach nur in die Kamera über meine Erfahrungen rede. Und auf der anderen Seite habe ich mir ein bisschen angeschaut, was so die YouTuber und Podcaster und Marketer in den USA machen. Und da bin ich immer mal wieder über diese 10x-Rule gestolpert. Und das ist sozusagen die Herausforderung an einen selbst, vielleicht mal die eigenen Ziele zu verzehnfachen. Und so bin ich letzten Endes darauf gekommen, ja, einfach wäre es gewesen zu sagen, ich mache jetzt in diesem Jahr 100 SEO-Checks. Ja, das wäre, hätte ich jede Woche irgendwie ein paar gemacht und dann wäre gut gewesen. Und dann habe ich einfach gesagt, na gut, dann machen wir es mal 10. Und dann bin ich auf die einfache Rechnung gekommen, wenn ich das 50 Wochen in diesem Jahr mache und mir zwei Wochen Pause gönne, dann muss ich jeden Tag, jeden Werktag, Montag bis Freitag, fünftmal die Woche vier Websites checken. Und damit war dann die Idee geboren. Okay. Und ja, jetzt ist quasi so ein klein bisschen Halbzeit, also Mitte oder Anfang Juli sprechen wir hier gerade miteinander. Wie, also liegst du immer noch im Plan oder hast du die zwei Wochen Urlaub ein bisschen überzogen? Nee, die zwei Wochen Urlaub, die kommen jetzt tatsächlich demnächst. Aber ich habe jetzt roundabout 500 geschafft. Ich habe nicht ganz am 1.1. sozusagen angefangen. Aber wir liegen jetzt ganz gut bei rund 500 Websites. Und ja, also insofern liegen wir da im Plan und ich halte daran auch weiter fest. Das macht mir eine Menge Spaß. Jetzt sind wir beide ja relativ Content-Marketing-Freudig. Wenn ich so einem Kunden sowas jetzt erzählen würde wie, ja, mach doch mal, mach doch mal 1000 Checks oder mach einfach mal einen täglichen Podcast, der würde mir wahrscheinlich ins Gesicht springen. Also die Frage ist, wie kriegst du das hin? Nimmst du wirklich täglich einen Beitrag auf oder machst du das en bloc? Genau, also im letzten Jahr habe ich es tatsächlich so gemacht. Da war das noch ein bisschen vereinfacht, das Format. Da habe ich mich im Prinzip einmal die Woche hingesetzt und dann am Stück in einer Stunde so in etwa fünf Beiträge aufgenommen, die dann jeweils so zehn Minuten lang waren. Und dann habe ich die sozusagen im Batch bearbeitet und dann für die nächste Woche geplant veröffentlicht. Mittlerweile, dadurch, dass ich eben auch auf die Einreichung von Websites für diese Checks angewiesen bin, ein Stück weit, geht das leider nicht mehr so gut und die Folgen sind halt auch viel länger geworden. Also Rekord war tatsächlich eine Stunde, da habe ich vier Erotik-Online-Shops auseinandergenommen und so der Durchschnitt ist, glaube ich, so 20, 30 Minuten, die ich da spreche. Und das schaffe ich im Moment nicht, im Batch vorzuarbeiten. Aber das ist eigentlich wahrscheinlich wirklich der Tipp, wenn man sowas machen will, dass man sich nicht jeden Tag hinsetzen muss, sondern dass man sich halt einen Tag in der Woche blockt, das Ganze vorbereitet und dann eben über die verschiedenen Tools geplant veröffentlicht. Machst du denn alles selber? Ja, tatsächlich mache ich im Moment sehr viel selber. Also wir haben da ja so einen kleinen Prozess. Ich will natürlich immer mehr versuchen, loszuwerden, bin aber selber auch noch dabei, das Flugzeug zu bauen, während es fliegt, wie man so schön sagt. Also eigentlich jede Woche kommen mir da neue Ideen. Und es ist auch ganz gut, dass ich es selber mache, weil ich dann eben wirklich auch weiß, an welcher Stelle kann man noch was verbessern, wo kann man vielleicht noch irgendwie im Prozess was rausholen. Also ich habe jetzt gerade kürzlich durch einen gar nicht so schönen Umstand, aber da war ich krank, konnte nicht ins Büro und wollte aber trotzdem einen Podcast aufnehmen, habe dann von zu Hause aufgenommen. Und da hatte ich natürlich nicht mein ganzes Equipment da, das musste ich also ein bisschen vereinfacht machen. Und dabei habe ich sozusagen mich selber nochmal gechallenged in meinem eigenen Prozess, weil ich auch nicht so viel Zeit hatte. Und daraus ist jetzt eine Optimierung entstanden, womit ich jetzt jeden Tag sicherlich einige Zeit einspare. Das Stichwort Prozess hast du gerade schon genannt. Was hast du so für Tools? Wie publizierst du das Ganze? Ja, also eigentlich, wenn man jetzt so diesen ganzen, ist ja quasi ein Funnel, wenn wir hier unter Market dann sprechen. Also es fängt alles an irgendwie mit meistens Facebook-Ads, worüber wir Website-Einreichungen bekommen. Die kommen dann auf eine Landingpage, tragen sich dazu ein. Dann landen die bei uns im CRM und in einem Google Spreadsheet. Aus dem Spreadsheet picke ich mir dann die passenden Websites aus, habe so eine kleine Themenliste vorbereitet, habe mich da so an so Evergreen-Themen orientiert, mal geschaut, was machen die Kollegen von Riot in ihrem Wiki oder was gibt es für Know-how-Themen bei Sistrix und anderen Kollegen und habe da so eine Themenliste, die ich dann abarbeite. Und ja, dann wird das Ganze aufgenommen und geschnitten. Das ist relativ einfach. Man muss quasi nur drei Teile zusammensetzen, das Intro, dann den Screencast und das Outro. Das war vorher noch ein bisschen komplizierter. Das war einer dieser Hacks. Man will es natürlich am Anfang immer perfekt machen und irgendwann merkt man aber, okay, das schaffe ich einfach nicht fünfmal die Woche. Also ich habe da wirklich am Anfang nächtelang gesessen, also jeden Tag auf die normale Arbeitszeit drei, vier Stunden obendrauf gelegt. Jetzt mittlerweile, denke ich mal, so schaffe ich es so in zwei Extrastunden jeden Tag. Und dann geht das Ganze halt online auf Facebook, YouTube und über Soundcloud als Podcast dann in die verschiedenen Feeds rein. Und dann schaut sich, das ist jetzt der erste Schritt, den ich ausgelagert habe, dann schaut sich eine Kollegin das Video am nächsten Tag an, trägt in dem Spreadsheet die Links zu der Folge zu den jeweiligen Websites ein. Und dann gibt es eine Automatisierung im CRM-System, was dann diejenigen darüber informiert, dass ihr Video, ihr SEO-Check online gegangen ist. Also so ein bisschen Automatisierung und so ein bisschen Hilfestellung ist schon dabei. Das heißt aber auch, alle Websites, die du dir anguckst, wurden auch wirklich eingereicht. Also wenn du von diesen vier Erotik-Websites sprichst, die... Nee, tatsächlich nicht alle, muss man sagen. Also sehr, sehr viele, aber manchmal bin ich auch gezwungen durch Reisen oder Ähnliches ein bisschen vorzuproduzieren. Jetzt wo Online-Marketing-Rockstars war oder so oder wenn ich jetzt irgendwie auf Kundentermine fahre, dann muss ich schon mal ein bisschen vorweggreifen. Und dann suche ich mir gerne mal so Branchen raus, wo ich entweder schon irgendwie einen Kontaktpunkt habe oder wo es vielleicht eine Einreichung gab. Aber ich habe jetzt selten das Glück, dass wirklich aus einer Branche alle großen Player dann ihre Websites einreichen. Also ich würde mal sagen, gerade zu Beginn brauchte ich da ein bisschen mehr Anlauf. Jetzt so langsam klappt es, aber es ist immer wieder eine Herausforderung, genug Websites zu haben. Also in diesem Sinne auch hier der Aufruf, jeder, der da mal einen SEO-Check haben will, gerne einreichen die Website. Kann man ungefähr sagen, welche Websites so eingereicht werden? Also ich kann mir immer vorstellen, dass es eher, ich sage mal, kleine Websites oder kleine Unternehmen sind, die jetzt nicht, dass, weiß ich, der Webmaster von BASF seine Website einreicht. Ist das so? Also es ist schon eine bunte Mischung, muss man sagen. Also das Spannendste war wirklich eine große deutsche Bank, die das eingereicht haben. Aber natürlich, also es ist querfeldein. Ein großer Teil, sicherlich so diese typische Pareto-Prinzip 80-20 sind eher kleinere. Wobei man sagen muss, dass jetzt, dass es wirklich so Hobby-Websites sind, kommt auch nicht so häufig vor. Also dadurch, dass wir ja einen Großteil der Einreichungen auch zum Beispiel über Facebook-Ads oder Anzeigen einfach bekommen, da versuchen wir natürlich schon ein bisschen zu targetieren. Also es sind schon Firmen und Firmeninhaber, kleine mittelständische Firmen und teilweise dann auch mal durch einen Zufall auch große Banken. Das war einer dieser Punkte, wo es halt ein großer Player dabei war. Und dann habe ich mal angeschaut, wer sind so spannende Wettbewerber und habe dann dazu auch mal so einen Branchen-Check gemacht, weil das dann einfach für alle Beteiligten interessanter ist, als wenn ich da jetzt den Friseur von um die Ecke und den Hochzeitsfotograf und die Autolackiererei dann mit der großen Bank verbinde. Okay. Ja, du hast ja schon gesagt so, wie viel Zeit dich das Ganze kostet. Jetzt von Geld reden wir gerade gar nicht. Ich meine, klar, hast du ein Mikro, ein bisschen Software, vielleicht ein bisschen Hosting, okay. Das teuerste sind tatsächlich die Ads, muss man sagen. Und die Zeit natürlich, ja. Okay. Also die Zeit hätte ich jetzt ehrlich gesagt auf dem Schirm gehabt, denn wenn du sagst, du brauchst zwei, drei Stunden für so eine Folge, mal Stundensatz, den ich jetzt dir erstmal nur unterstellen kann, aber da kommt ja schon was zusammen, ne? Ja, ja. Also wenn jetzt ein Kunde mich bucht, dann zahlt er da 300 Euro für die Stunde. Es ist sicherlich keine Vollauslastung möglich zu dem Tarif, aber der Wert als Geschäftsführer in so einem Unternehmen ist natürlich noch viel höher. Das ist ja eigentlich unschätzbar. Also man soll ja als Unternehmer eher am Unternehmen als im Unternehmen arbeiten, so vom Ziel her. Aber es ist einfach eine Frage der Priorität. Wir haben uns halt entschieden, dass wir auf dieses Thema sozusagen unser gesamtes Marketing ausrichten zu, auch nicht zu 100 Prozent, aber sicherlich auch zu mindestens 80, 90 Prozent. Und das war einfach eine Entscheidung, machen wir jetzt von allem ein bisschen und schwimmen da so überall mit oder geben wir bei einer Sache richtig Gas, um aufzufallen. Und da ich jetzt auch so ein bisschen so ein extrovertierter Typ bin und mich gerne selber reden höre, war die Entscheidung dann da einfach. Gab es da irgendjemand anders aus dem Unternehmen, der sagte, ja, du hör mal, wenn du mal krank bist, dann könnte ich das auch mal machen? Ja, daran arbeite ich noch. Also noch ist das, glaube ich, in weiter Ferne, aber ja, ich wäre natürlich auch froh, wenn da mal der eine oder andere sich trauen würde und vielleicht auch mal eine Folge zu einem Schwerpunktthema machen würde. Aber im Moment ist das Chefsache, ja. Okay. Ja, nochmal zurück zum Geld. Eigentlich ist ja vollkommen egal, was es dich kostet, weil viel interessanter ist, was hat es dir eigentlich gebracht? Kannst du da schon was zu sagen? Ja, also wie man vielleicht jetzt schon so ein bisschen an dem Prozess gemerkt hat, für uns ist das ja auch keine Spielerei. Also es ist tatsächlich so, dass wir das auch als zentrales Marketing- und Lead-Generierungstool oder Methode sehen. Natürlich ist nicht jeder der eingereichten Websites spannend für uns, für die Agentur, aber wir haben darüber schon Kunden gewonnen. Und man darf halt auch nicht unterschätzen, dadurch, dass eben mein Netzwerk, was jetzt über die letzten 20 Jahre gewachsen ist, täglich ja tatsächlich auf allen möglichen Channels von mir zu dem Thema hört, kommen auch unabhängig von den Website-Einreichungen einfach sehr große, spannende Projekte darüber, weil die einfach merken, okay, der Christian, der setzt sich da jeden Tag mit auseinander, der redet da jeden Tag drüber, ich verstehe das, ich habe ein Gefühl dafür, wie der da rangeht, ich finde das sympathisch, ich kenne ihn schon seit zehn Jahren, jetzt vertraue ich ihm mal meinen SEO an. Und da sind definitiv schon zwei, drei richtig große Aufträge für uns bei rumgekommen. Und das war dann auch nach den ersten Gehversuchen schon im letzten Jahr der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, okay, dann geben wir da jetzt noch mehr Gas und versuchen, das noch stärker auszurollen. Gebt ihr auch noch Geld aus für die, ja, für die Reichweite später, wenn Video und oder Podcast produziert ist? Ja, also da sind wir noch ein bisschen zurückhaltend, was da gerade wir testen, ist halt, wie wir bei YouTube irgendwie ein bisschen mehr Traction reinbekommen. Das ist extrem schwierig bei YouTube wirklich mal eine Subscriber-Basis aufzubauen, weil es ja, also bei Facebook ist es einfacher, weil man da irgendwie schon so seinen Freundeskreis hat, den man so als Seed-Gruppe irgendwie nutzen kann und auch mal in so eine Page überführen kann. Aber bei YouTube fängt man halt wirklich bei null an und da testen wir gerade YouTube-Video-Ads, um auch einfach ein bisschen bei dem einen oder anderen Thema mehr Sichtbarkeit zu bekommen und zu schauen, wie können wir dann Leute, die da mit den Videos engagen, wie man so schön sagt, wie können wir die dann vielleicht wieder mit zielgerichteten, lead-orientierten Anzeigen ansprechen. Und natürlich ist auch in jeder Folge zweimal der Aufruf drin, Seiten einzureichen. In jeder Description oder in den Shownotes ist immer der Link drin, die Seiten einzureichen. Und ja, darüber kommt natürlich auch mit wachsender Reichweite dann immer mehr rein. Das ist natürlich auch am Ende das Ziel. Wir wollen natürlich nicht jeden Monat hier Hunderte oder Tausend Euro ausgeben, um dann den Leuten auch noch kostenlose SEO-Tipps zu schenken. Ja, stimmt. Irgendwann wird es dann doch etwas absurd. Aber naja, gut. Ja. Ich hoffe ja fast, dass wir da draußen auch ein paar Leute auf die Idee bringen, so was zu machen. Ich finde es auch extrem. Also gerade das, was du so gesagt hast, wie viel Zeit es dich kostet, muss ich jetzt so, wäre mein erster Gedanke auch, die Zeit habe ich gar nicht. Ich meine, wir haben andere Kinder hier, die wir füttern. Aber ja, vielleicht haben wir jemanden auf eine Idee gebracht. Aber dann lassen wir mal über die konkreten SEO-Checks reden, weil das ist ja vielleicht für viele da draußen auch interessant. Wenn ich jetzt noch mal... Vielleicht noch mal ganz kurz noch mal da reinhangen habe. Ich glaube, reiner Podcast und rein Audio ist viel, viel einfacher. Also wirklich die Komplexität entsteht für mich vor allem durch Video. Da hast du viel mehr Aufwand, brauchst viel mehr Equipment, musst auf Licht achten, musst es schneiden. Du hast auch viel größere Dateigrößen. Also Video ist viel, viel komplexer. Ich glaube, mit Podcast macht man es sich schon relativ leicht. Ja, das stimmt schon. Wobei ich jetzt bei dir auch glaube, ich meine, du änderst dein Setup jetzt auch nicht täglich. Also das Büro sieht ja relativ deckungsgleich aus in jeder Folge. Ja, schau mal rein, wie es vor einem Jahr aussah. Ich glaube nur bei vielen Sachen, wenn man mal so ein Setup hat, also es ist ein Problem, die erste und die zweite Folge zu produzieren. Aber wenn du die Maschine mal am Laufen hast, dann merke ich schon so, dass es halt auch immer leichter wird. Also das merke ich. Klar. Was diesen Podcast hier angeht, so die erste Folge ist schwierig. Die 50. ist dann halt, ja, ist dann einfach leichter, weil dann hast du es raus, du hast dann Workflow und es passt. Ja. Ja gut, SEO-Checks. Also ich lege dir jetzt eine Domain auf den Tisch. Was weiß ich, einen Online-Shop für Bügelzubehör. Wie gehst du ran? Hast du einen klaren Ablauf? Ja, also als allererstes schaue ich mir die Website selber natürlich erst mal an. Ich glaube, vieles sieht man da schon auf den ersten Blick, wo man dann vielleicht weiter nachhaken kann. Also wenn ich da eine Seite sehe, viele Fotografen zum Beispiel haben überhaupt gar keinen Text auf den Seiten oder dann ganz viele Galerie-Plugins, wo man dann schon sieht, wenn man da auf so ein Bild draufklickt, was dann da technisch alles passiert im Hintergrund und was da generiert wird. Also der Blick auf die Seite selber ist schon mal immer sehr interessant. Auch so die Menüstruktur, da investiere ich oder da schaue ich sehr häufig hin, weil man daran schon ablesen kann, ist da irgendwie so eine SEO-getriebene Denke oder hat überhaupt mal jemand darüber nachgedacht, wozu könnten die einzelnen Seiten, die sie da im Menü nennen, denn in der Google-Suchmaschine oder in den Suchergebnissen erscheinen. Wenn da immer nur steht, über uns, Team, Firma, Kontakt, Leistungen und so weiter, dann frage ich mich halt, okay, wozu sollen die einzelnen Seiten erscheinen? Dann weiß ich da schon mal, okay, dann setze ich da vielleicht eher in diesem Content-Struktur, Keyword-Recherche-Thema an. Und ansonsten gucke ich natürlich sehr gerne auch in Systrix rein, um einfach mal zu sehen, wozu ranken die denn so? Gibt es da eine Historie? Wie lange gibt es da schon Rankings? Gab es da vielleicht irgendwie mal Ups und Downs bei Updates? Dann der typische Site-Parameter. Mal gucken, was Google so indexiert hat, was da so kommt auf den hinteren Seiten, wo man dann auch oft irgendwelche komischen Artefakte aus CMS-Systemen findet. Und so einen technischen Schnellcheck über so eine Einzelseitenanalyse mache ich auch ganz gerne. Ich habe selten die Zeit, jetzt wirklich ganze Crawls für die Seiten vorzubereiten. Aber man sieht schon oft anhand der Startseite, wenn man die mal so eine Einzelseitenanalyse mit Write oder in welchem Themen-Tool auch immer oder einfach sich den Quelltext anschaut. Also ich habe wirklich schon eine Handvoll Seiten gehabt, die hatten einfach halt no-index-knallhart drin zu stehen auf allen Seiten. Da brauchst du dann halt gar nicht weitergucken. Ja, sieht man selten, aber stimmt, habe ich so einmal im Jahr kommt das dann, dass jemand anruft und sagt, ja, meine Website wird gar nicht richtig gefunden. Und du sagst, ja, könnte an der Robots.txt liegen, aber danke für den Kaffee. Das Thema Links hast du jetzt gerade nicht genannt. Machst du da irgendeinen Check? Ja, das ist halt relativ schwierig, finde ich. Also was ich mir da auch angucke, ist halt so, was man ad hoc, ne? Also man muss ja sehen, man darf natürlich diesen SEO-Check jetzt nicht mit einem richtigen SEO-Audit vergleichen, ne? Also ich nehme mir da ein paar Minuten Zeit, versuche so die Problemstellen zu finden. Und bei Backlinks ist es halt immer schwierig, wenn man da wirklich eine fundierte Aussage machen will, geht das halt ad hoc sehr schwer. Aber man sieht natürlich schon mal, wenn man jetzt mal so Broken Links sich anguckt in Sistrix oder Link-Entwicklung oder, ja, sieht man schon Sachen. Kannst auch in andere Tools reinschauen, ob es jetzt nur ein SEMrush ist oder Ahrefs oder sonst sowas. Aber jetzt so eine richtige, komplette Backlink-Profil-Sache ist halt schwierig in solchen Checks. Deswegen bin ich mit dem Thema Links und Backlink-Audits da ein bisschen zurückhaltender bei den SEO-Checks. Okay. Ich finde, sieht man auch ehrlich gesagt nicht mehr so oft heutzutage, dass jemand die letzten Pinguin-Jahre komplett verschlafen hat und immer noch wie ein blöder Verzeichnislinks aufbaut. Aber, naja. Ja, ist ganz interessant. Also, ich habe mal ein Video gemacht, was man anhand der Anchor-Texte so in Richtung Link-Building-Strategie erkennen kann. Und es war wirklich so, ich habe mir da ein paar Startups angeschaut, Gutscheinseiten, Online-Startups, Online-Nachhilfe-Seite und so weiter. Und du hast teilweise halt gesehen, du bist die Liste der Anchor-Texte durchgegangen und bist an einem Punkt kleben geblieben und hast gewusst, okay, da haben die irgendwie was gemacht. Ja, weil es kam immer wieder, keine Ahnung, Stipendium irgendwas, Sparfuchs-Stipendium oder so, ja. Und dann guckt man sich das an und dann sieht man halt ganz genau, was da passiert ist. Also, man kann schon in dem Bereich auch einiges ad hoc sich angucken und es gibt da auch immer noch, also, das muss man auch mal sehen, so in unserer SEO-Szene, finde ich, und da halten wir uns sehr häufig über sehr, ja, wie sagt man so, sophisticated Themen so, ja, also über sehr, sehr Profi-Themen oder wie auch immer, mir fällt das deutsche Wort jetzt nicht ein. Und wenn man sich dann die Realität da draußen anschaut, selbst bei unseren größten Kunden, dann haben die halt teilweise immer noch Shop-Filter, wo die Get-Parameter nicht sortiert sind, wo jede Filterkombination indexiert wird und solche Sachen, ja, wo ich mir dann manchmal denke, so, ja, also, es gibt halt so ein bisschen diese Elfenbein-Diskussion auf den großen Konferenzen und dann gibt es irgendwie so die Realität im deutschen Mittelstand, die sieht halt ganz anders aus. Wobei, auf den Konferenzen finde ich das auch immer relativ seltsam. Gerade so SMX gab es mal so eine Sache, die mir extrem aufgefallen war, wo es irgendwie um Crawl-Budget-Optimierung, aber auch sehr weit fortgeschritten ging. Und es saßen auch ein paar Unternehmen drin, die ich auch wohl kannte und wo ich dachte, das ist, also, von allen Problemen, die ihr habt, ist das vielleicht noch das Geringste. Aber manchmal ist es halt auch, glaube ich, dieser, ja, ich nenne das immer Porno-Modus, ne, also, dass man so, so da ganz bestimmte Themen unbedingt sehen möchte und dass man vielleicht auch gar nicht weiß, wo man selber so steht und denkt, ja, man, ne, die reden jetzt auf der Konferenz über Crawl-Budget-Optimierung, dann brauche ich das bestimmt auch. Aber dass viele da draußen ja gar nicht einschätzen können, also gerade jetzt so von den Low-Level-Kunden, vom kleinen Mittelständler, ob das jetzt für ihn wichtig ist oder nicht, ne? Ja. Das ist halt so. Dann lass uns doch mal über echte Probleme reden. Ich meine, du hast jetzt deine 500-Plus-Analysen durch und hast ja vorher auch schon mal SEO gemacht. Das heißt, du hast wahrscheinlich wirklich schon tausende Websites gesehen. Ich wage mal die These, dass es technische Probleme heutzutage eigentlich immer weniger gibt, weil die ganzen CMS- und Shop-Systeme immer besser werden. Was sind denn dann jetzt so die großen Fehler? Was macht eigentlich so ziemlich jede Website wirklich falsch? Ja, also ich glaube tatsächlich, um nochmal auf die Technik zurückzukommen, dass es da eben, dass das eben so die Hygiene ist und dass das aber eben alles zunichte machen kann, ne? Also wie du eben schon gesagt hast, Robots, TXT, Meta-Robots, ähnliches, kann halt dann einfach der Showstopper sein. Aber für wahrscheinlich 90 oder sogar 98 Prozent der Websites liegt der Hebel wahrscheinlich nicht im technischen SEO, weil sie dafür viel zu klein sind und es gar nicht jetzt sozusagen die Masse an Seiten gibt, über die man dann vielleicht einen Hebel da ausmachen kann. Was ich tatsächlich am häufigsten sehe, ist eben, dass die Website aus einer völlig falschen Denke aufgebaut wurde, halt wie so ein digitaler Flyer oder wie so ein digitaler Messestand oder wie auch immer. Also aus so einer Marketing-Logik aus der, ja nicht aus der Neuzeit oder nicht aus der digitalen Welt oder nicht nachfragegetrieben. Also deswegen sage ich ja wirklich immer, wenn man sich die Frage stellt zu jeder einzelnen Seite, gerade die man jetzt im Hauptmenü verlinkt, wozu soll die denn in Google erscheinen? Und wenn man diese Frage beantworten kann und dann überprüft, ob das im Titel steht, ob das in der H1 steht, ob sich das im Text widerspiegelt und dann vielleicht sogar noch verstanden hat, ob man mit seiner Seite in die Suchergebnisse reingehört, ja, Stichwort Suchintention oder ähnliches, dann hat man schon viel gewonnen. Und ich glaube, dass da einfach die meisten Probleme bestehen und dass auch in vielen Unternehmen einfach noch diese Denke herrscht, ja, wir bauen jetzt unsere Website und da werden teilweise auch immense Summen ausgegeben, ja, wir bauen unsere Website und dann geht der SEO rüber und macht da irgendwas, baut da Keywords ein und sowas und dann sind wir bei Google vorne, ja. Aber dass das gar nicht, dass man eigentlich von Anfang an denkt, darüber nachdenken muss, wo will man sich eigentlich positionieren und wo hat man überhaupt eine Berechtigung und eine Chance, sich zu positionieren. Und was bedeutet das vielleicht sogar für mein Geschäft, wenn ich ein Online-Shop bin, ja, wenn ich dann auch rote Adidas-Tonschuhe anbiete, kann ich, macht das überhaupt Sinn für mich, in meinem eigenen Online-Shop dieses Produktsortiment zu spielen oder sollte ich mich da vielleicht auf ein ganz anderes Produktsortiment beschränken und diese Mainstream-Produkte vielleicht eher über die Marktplätze verkaufen? Das sind so die strategischen Fragen oder inhaltlichen Fragen, die sich viele gar nicht stellen oder wo viele dann irgendwie falsche Ansichten haben, meiner Meinung nach, falsche Erwartung. Also würde ich absolut so unterschreiben. Fällt dir sonst noch ein typisches Problem ein? Ja, also was wir sehr viel haben an Diskussionen, ist immer wieder das mit dem Text und mit dem für die Suchmaschinen irgendwas bauen. Also ich finde es erstaunlich, dass viele, ich hatte jetzt gerade wieder so ein Beispiel, hat mir auch eine Fotografin geschrieben. Sie hat ganz viel Geld investiert in eine super coole Website und sie steht nicht so auf Text und sie will das alles so lassen und es muss doch trotzdem irgendwie einen Weg geben, dann irgendwie in Google da ganz toll mit ihrer Website zu erscheinen. Natürlich muss man sagen, sind jetzt wahrscheinlich Fotostudios nicht die großen Content-Maschinen, aber ein bisschen was muss ich schon investieren. Und ich denke mir auch immer, auch aus der Kundenperspektive, wenn ich einen Hochzeitsfotografen suche und ich sehe nur die Bilder, ich kann überhaupt nichts über den Menschen erfahren, ich weiß nicht, wie sind diese Situationen entstanden, wie sind die schönen Bilder entstanden, was war da die Story dazu, dann finde ich es auch zu wenig. Also da einfach nur die Bilder sprechen lassen und ein Bild sagt mehr als tausend Wörter, reicht da finde ich einfach aus vielen Perspektiven gar nicht aus. Und ja, deswegen, auch bei anderen Kunden haben wir die Diskussion, ach, muss das jetzt so viel Text auf der Startseite sein? Können wir das nicht irgendwie verstecken? Und so, wo ich mich dann frage, ja, warum? Schaut euch die zehn Seiten an, die bei Google auf der ersten Seite stehen und wenn die eben viel Text haben und wenn die Suchanfrage vielleicht auch eher informativ gestaltet ist, dann macht es halt unheimlich viel Sinn und da sollte man dann nicht nach dem eigenen Geschmack gehen, sondern da sollte man dann wirklich einfach danach gehen, was halt gut funktioniert und was Best Practice ist und was einem der Wettbewerb da eigentlich letzten Endes vorgibt auch. Ja, häufiges Problem, glaube ich persönlich auch, ist natürlich so dieses, ja, was nachgelagert eigentlich als Linkaufbau wahrgenommen wird. Also wir hatten zum Beispiel gestern eine Anfrage, haben wir auch direkt abgelehnt, weil es jetzt nicht so unsere Expertise ist. Jemand, der, jetzt darf ich nicht zu viel erzählen, der so im Bereich Suchthilfe berät. Und man geht so auf die Website und erst mal hat man schon relativ hohe Schwierigkeiten überhaupt zu verstehen, irgendwie worum es dabei geht. Okay, aber die Hürde habe ich dann genommen. Gleichwohl guckst du dir die Backlinks an und du stellst so fest, keiner oder kaum jemand verlinkt da drauf. Jetzt hätten wir das ja vor zehn Jahren vielleicht noch ein bisschen rustikaler gelöst, dann wäre es ja, wäre man selber als Agentur einfach losgegangen und hätte gesagt, dann kaufen wir halt Links. Also wenn du keine hast. Spray and pray. Genau, kriegen wir hin. Ich finde es heutzutage schwieriger, weil so jemanden musst du ja dann eigentlich sagen, so ja, entweder gibst du wirklich Unsummen für die Agentur aus oder du wirst selber jetzt mal zum richtigen Frontschwein und verstehst halt auch, wie das alles so läuft da draußen mit Content Marketing. Siehst du das auch als Thema oder kriege nur ich immer diese Anfragen? Nee, wir haben tatsächlich auch kürzlich eine Anfrage. Also grundsätzlich an Anfragen, die sich nur zu Linkaufbau oder für Linkaufbau an uns wenden, da glauben wir halt auch nicht dran. Also wir bieten, wenn dann, eben die typischen Sachen, die man da so machen kann, an in der Rundumbetreuung, weil wir halt denken, das muss halt zueinander passen. Wenn ich irgendwie eine schlechte Seite habe, die keinen Mehrwert bietet und die hundertste, was weiß ich, was XY-Shop ist, dann wer soll da drauf verlinken und einfach jetzt stupide Links kaufen, macht halt auch keinen Sinn und einfach irgendwie nur irgendwas bloggen, funktioniert halt auch nicht und dann da irgendwie Links drauf bekommen. Also das ist für mich vielleicht noch so ein Punkt auch, das mit dem Bloggen ist für mich auch irgendwie so ein rotes Tuch, was ich halt sehr häufig sehe, dass es einfach mit SEO verwechselt wird. Ja, wir haben doch einen Blog und wir schreiben doch da jetzt möglichst häufig über unser Haupt-Keyword und haben jetzt 200 Blog-Berträge zu unserem Keyword. Warum erkennt denn Google nicht endlich, dass wir zu diesem Keyword ranken wollen? Also das sind schon so noch viele, ich finde viele so Missverständnisse, die vielleicht aus der Vergangenheit noch herrühren. Und Linkaufbau isoliert betrachtet von dem Rest der Website, funktioniert aus meiner Sicht nicht. Und einfach nur einen Blog befüllen mit irgendwas und dann es immer weiter runterrutschen lassen, funktioniert für mich irgendwie auch nicht. Ich frage mich auch immer, vielleicht so als Schlussfrage irgendwie, wenn jetzt da draußen wirklich irgendwo ein Mittelständler sitzt oder eine kleine Zahnarztpraxis oder sonst irgendein kleiner Laden mit geringen Möglichkeiten, glaubst du, dass die ohne externe Hilfe wirklich die Chance haben, nach vorne zu kommen durch das Lesen von Blogs, also von SEO-Büchern oder sowas? Oder sind diese Zeiten einfach vorbei? Naja, also ich glaube, dass die kleinen lokalen Anbieter gerade wieder so ein bisschen mehr Chancen bekommen, weil Google eigentlich bei den lokalen Suchanfragen genau die zeigen will. Sie wollen dann nicht mehr die Branchenbücher zeigen. Ich habe da auch schon mal so eine Auswertung gemacht zum Thema Local Lead Generation. Und da gibt es ja eine ganze Generation an Startups, die halt immer mehr Probleme bekommen, weil Google sie da halt nicht mehr zeigt. Zu Friseur Berlin oder weiß nicht, wo sitzt ihr? Dann kommen halt wirklich die Friseursalons, so schlecht die Websites auch sind im Optimalfall. Und ich glaube, das ist auch das Ziel von Google. Und ich habe auch schon mal drüber gesprochen, ob es überhaupt Sinn macht eigentlich für so kleine Geschäfte wirklich eine eigene Website zu haben. Jetzt noch mit DSGVO und allem drum und dran. Das können die ja alle gar nicht mehr überblicken. Und manchmal reicht dann wahrscheinlich so ein Google My Business Eintrag aus, wenn man sich da, da hat man ja so ein einfaches Content Management System, da kann man viele Sachen mitmachen. Da wird man auch gut angezeigt in Google. Und dann macht man noch eine gute Facebook Page vielleicht, damit man auch noch in Social Media ein bisschen stattfindet. Und dann hat man quasi zwei so Websites, die diese beiden großen Welten halbwegs bedienen und wo man so ein Toolset hat, mit dem man vielleicht halbwegs zurechtkommen kann. Aber eine eigene Website, glaube ich, ist für den Imbiss um die Ecke und auch den kleinen Friseursalon heute wahrscheinlich gar nicht mehr so zielführend. Jo, ich glaube, wir wären am Ende der Zeit. Wenn du möchtest, kann ich ja euren Link einfach mal in die Shownotes reinpacken. Sehr gerne. Wenn ihr da draußen Bock habt, jetzt unter die restlichen 500 Checks noch zu kommen, ich kann jetzt nur annehmen, dass da noch ein paar Lücken theoretisch wären, wenn noch was Gutes reinkommt. Also, genau, wenn ihr da auch mal gecheckt werden wollt, dann, genau, tragt euch da einfach ein. Christian guckt sich das Ganze dann an. Hast du eine Idee, wie es dann so am 31.12. bei dir aussieht? Ja, hoffentlich. Ist das ein Werktag? Also, dann wird es da auf jeden Fall noch eine Sendung von mir geben. Und für mich ist es eigentlich eher so spannend, ich denke schon darüber nach, was passiert eigentlich ab dem 01.01.2019. Also, mein Plan bis zum 31.12. steht. Aber danach ist es schon, glaube ich nicht, dass ich damit jetzt so weitermachen werde, sondern dann werde ich wahrscheinlich tatsächlich eher dazu übergehen und über die Dinge sprechen, die ich halt aus diesen 1000 Checks gelernt habe und es nochmal aus einer anderen Perspektive aufbereiten. Also, das steht noch aus, aber bis dahin freue ich mich über jeden, der unter digitaleffects.de slash SEO-Check seine Seite einreicht. Na, super. Okay. Wie gesagt, URL ist auch in den Shownotes drin. Dann findet ihr es auf jeden Fall. Jo, du, ich danke dir für deine Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung hier. Du, zwei Podcaster, das müssen wir ja mal unbedingt zusammenbringen hier. Genau. Dann, ja. Ja, ich glaube, das war es wirklich. Also, ich ringe jetzt gerade noch nach Schlussworten, aber mir fällt einfach auch nichts mehr ein. Also, wie gesagt, super, dass du da warst. Danke fürs Zuhören da draußen. Und, ja. Ich hoffe, bis bald. Ciao. 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 Ciao.